Heute ist einer der Tage, wo man besonders gerne mal auf die Termine des Tages schaut. Wir haben nämlich heute Abend die FED, die ihre Ankündigung bzw. ihre Zinsentscheidung ankündigt. Und zwar 1% ist das, was erwartet wird. Zumindest mal so im Wesentlichen ist das so der Punkt. Ein bisschen Abweichung gibt es natürlich in die eine oder andere Richtung, aber so ungefähr. Da ist also 50 Basispunkte in der Anhebung. Vielleicht noch wichtiger eigentlich als dieser Zinsschritt, denn viele von euch wissen, dass man das so ein bisschen schon ablesen kann. Ja, am Marktzins, 90-Tage-Zins ist da das Stichwort oder 13-Wochen-Zinssatz. Daran orientiert sich die FED. Aber die Entscheidung, wie man das Wording gegebenenfalls anpasst, um 20 Uhr ebenfalls, da seht ihr das FED-Statement und natürlich um 20.30 Uhr danach in der Pressekonferenz. Das wird mitentscheidend sein, wie der Markt nachher unterwegs ist. Wir hatten vorhin schon den ISM-Index. Ganz kurz nur, dass wir drauf geguckt haben. Hier 57,1 hier der PMI für April. Das ist deutlich geringer als 58,5, womit noch gerechnet wurde. Also leichter Anstieg war gerechnet worden. Das ist aber ein Rücksetzer. Also von der Seite aus eher eine Enttäuschung. Weshalb erwähne ich das? Ich bin doch der Chart-Techniker. Ja, das ist völlig richtig. Aber auch Chart-Techniker wissen, dass natürlich die Nachrichten sozusagen der Ursprung für eine Marktbewegung ist. Allerdings, und das unterscheidet uns jetzt vom Fundamentalisten, dass wir Chart-Techniker eben sagen, ich möchte sehen, wie die Marktteilnehmer darauf reagieren, ob sie das Ganze wirklich schlimm auffassen oder ob sie das Verhalten auffassen, ob sie jetzt in Panik geraten oder ob man sagt, naja, das ist ja noch alles einigermaßen okay. So, und ich habe bewusst jetzt mal mit dem Nasdaq hier angefangen. Denn er hat hier eigentlich ein wunderschönes Szenario. Er hatte nämlich ursprünglich mal einen starken Anstieg. Das ist ja schon mal ziemlich verheißungsvoll. Und jetzt haben wir hier irgendwie so eine Pausensituation, eine Schiebewurst. Das wird sich vielleicht auch dann, weil wir jetzt keine richtigen Daten mehr bekommen, vor 20 Uhr heute, für die nächsten Stunden so halbwegs so halten. Und dann werden wir sehen, ob der Markt tatsächlich das Ganze positiv auffasst. Und da ist es interessant, das letzte Hoch hier nochmal anzugucken. Was war das? Das war ungefähr, beim Future jetzt wohlgemerkt, beim Future in etwa 13.150, in etwa von heute Mittag sozusagen. Das wäre ein möglicher Trigger. Ich mache das nochmal groß. Für diejenigen, die jetzt auf kleinen Geräten zu gucken, ist das ja immer sonst eine Zumutung so halbwegs. Also starker Anstieg. Und dann haben wir hier durchaus eine klassische Pausensituation. Und das hier, beziehungsweise hier, aber ich glaube, das macht jetzt keinen Riesenunterschied, wäre zumindest mal eine Bestätigung, dass es dann nicht dabei bleibt, sondern voraussichtlich eigentlich das, was wir hier vorne haben, da hinten nochmal folgt. Also es nicht nur darum geht, dass wir vielleicht so ein bisschen überschießen, sondern locker auch 13.400, wie gesagt, hier für den Future-Kurs beim Nasdaq, dass wir das erwarten können, wäre relativ realistisch. Ist das denn das einzige Szenario? Und da sind wir ganz schnell dabei, jetzt Menschen unglücklich zu machen, denn es ist natürlich nicht das einzige Szenario, wenn der Kurs in der nächsten Zeit eher jetzt hier irgendwie wackelig hochkommt und dann die Unterseite triggert wiederum, dann ist es dann doch vorläufig wohl eher die Abwärtsseite. Das heißt, wir gucken darauf, wie die Marktteilnehmer auf die entsprechenden Sachen reagieren, also auf die bestimmten Bewegungen. Und dann kann man da eben dann sagen, okay, dann positioniere ich mich entsprechend. Viele fragen mich, ja, machst du denn noch Trades jetzt vor der Fettentscheidung? Das hängt von meiner Zielsetzung ab. Ich will jetzt keinen Vortrag halten über die Art und Weise, wie man Stops setzen sollte. Aber trotzdem ein Gedanke dazu, ein Stop muss die Idee schützen. Solange die Idee gilt, macht es keinen Sinn, ausgestoppt zu werden. Wenn die Idee noch stimmt und man wird ausgestoppt, dann hat man einen falschen Stop gesetzt. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Und viele sagen dann, ja, aber ich kann mir es sonst nicht leisten. Dann dürft ihr diesen einen Trade, falls ihr euch den nicht leisten könnt, natürlich dann auch nicht machen. Das macht dann eigentlich nicht wirklich Sinn von der Überlegung. So, was machen wir jetzt? Also wir werden in dieser Zeitebene, 5 Minuten Chart, 15 Minuten haben wir jetzt hier, aber in den kürzenden Zeitfenstern wohl voraussichtlich vor der Fettentscheidung keine Trades mehr machen. Denn wir müssen damit rechnen, dass der Kurs um dieses Ereignis eventuell auch mal stark wackelt in beide Richtungen. Ihr dürft nicht vergessen, es kommt die Zinsentscheidung, dann kommt noch mal ein Statement, danach kommt noch mal die Pressekonferenz. Eventuell ist dann jedes Mal der Fokus irgendeiner Aussage noch mal ein klein bisschen anders. Achso, nee, nee, dann doch wieder in die andere Richtung. Das heißt, die Chance, hier ausgestoppt zu werden, ist sehr groß. Viele sehen das allerdings als Chance und sagen, naja, die Chance, richtig zu liegen, ist ja auch noch da. Als Berufshändler ist man allerdings verpflichtet, die Risiken zu kalkulieren und dementsprechend die Risiken abzusichern und nicht so sehr die Chancen in dem Sinne. Und deshalb, das birgt höhere Risiken in diesen kleineren Zeitebenen, dass man hier vielleicht kein Gap sieht, das ist ja Intraday nicht wirklich typisch, aber die Bewegung so schnell ist, dass man zwar irgendwo, je nachdem welche Richtung, seinen Stop platziert hat, aber statt hier gestoppt zu werden, dann die Ausführung erst hier unten kommt. Und das ist dann ein zusätzliches Risiko, was ich nicht mag. Für unsere etwas übergeordneteren Trades sind wir da nicht so pingelig. Also das kann man dann durchaus machen, also im Stundenchart oder noch größer 4-Stunden-Chart, noch besser Tageschart, noch besser Wochenchart, ist das natürlich für die unrelevant. Je länger die Zeitebene ist, sind solche Intraday-Ereignisse dann nicht mehr wirklich relevant. Aber für die ganz kurzfristigen rechnet damit, dass da eben eine stärkere Volatilität kommt. Und dann überlegt euch, ob ihr das aushaltet emotional oder ob ihr sagt, ah, das fände ich total nervig, wenn ich da eben rausfliege. Der S&P 500 ist grundsätzlich ähnlich. Ihr seht, dass ich so ein bisschen hier noch so eine positive Ausrichtung mal drin habe. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn wir da noch mal so ein bisschen hoch kämen. Also hier so die erste Abwärtsbewegung, jetzt hier so wackelig irgendwie hoch. Dabei ist noch nicht wirklich klar, ob wir nicht diesen Umweg erst noch machen, bevor es da hoch geht. Aber eigentlich bin ich gar nicht so negativ drauf, was dieses Zwischenbild angeht. Das Übergeordnete bleibt so, wie ich es ja auch im Übergeordneten angedeutet hatte. 3,8 halte ich nach wie vor für gangbar. Aber man sollte natürlich nicht short gehen, wenn der Kurs stark nach oben geht. Ich sehe es hier ein bisschen ähnlich wie das, was wir eben angesprochen haben. Nicht ganz so deutlich. Deshalb würde ich dem Nasdaq als Trading Partner eher vorziehen. Umgekehrt allerdings, wenn wir in diese Box da oben reinlaufen, dann haben wir ja hier wieder neue Trigger später dann für die Shortzeit. Aber ich denke, bis dahin werde ich euch dann ein neues Video auch noch mal schicken. Der Dow Jones ist noch ein bisschen offener, was das angeht. Wir sehen hier, dass der Kurs einfach nur eine Schiebewurst macht. Einfach mal abwarten bis 20 Uhr. Das ist wahrscheinlich das Credo vieler Marktteilnehmer heute im Laufe der nächsten 2, 3 Stunden jetzt. Bis 20 Uhr. Dass da eher gewartet wird. Und dann anschließend entweder der Bruch nach oben kommt oder eben der Bruch nach unten. Sollte der Bruch nach unten kommen, dann bin ich der Meinung, wird das durchstoßen. Dann werden wir allerdings auch nicht nur die Marke, ich mache es noch mal hier ein bisschen größer, dann werden wir nicht nur die Marke jetzt hier von 2. Mai hier nach unten durchstoßen, 32.350 in etwa, sondern dann sehen wir auch wahrscheinlich hier das Tief noch mal von Ende Februar oder 23.24. Februar. Das liegt ungefähr bei 32.200 und ein bisschen tiefer. Also dann werden wir das wahrscheinlich auch noch mal rausholen. Also wenn wir da jetzt sind, ist zumindest mal eine Mutmaßung, die man haben kann, dass der Kurs dann einfach noch ein gutes Stück weiter geht. Also in dem Fall ist es vielleicht tatsächlich der Ausbruchshandel, der dann der sinnvollste ist. Schauen wir noch mal abschließend auf den DAX. Der DAX schließt sich dieser, sagen wir mal, Unentschlossenheit an. Hier verbringt er einfach nur viel Zeit. Wir hatten ja schon so ein bisschen angenommen, eigentlich doch gar nicht so schlecht. Dieses Muster, was ja tendenziell nach oben geht, lässt eigentlich vermuten, dass wir diese Bewegung hier sogar noch mal bekommen. Und dann wird entschieden, ob das oder das passiert. Also ich bin mit dem DAX jetzt noch nicht so richtig bullisch. Wir haben es ja schon gesehen, die Chancen in Amerika sind noch zweischneidig. Das werden wir hier beim Index natürlich erst dann morgen früh dann sehen, wie er darauf reagiert. Aber auch der Future, wenn wir den uns angucken, ist ja hier im Seitwärtsgewackel. Was will man da sagen? Die Marktteilnehmer gucken jetzt, was die FED macht und was die FED an Aussagen fällt, was vielleicht dazu führt, dass man ein bisschen besser abschätzen kann, wie es mit weiteren Zinsschritten dieses Jahr aussieht, wie es mit Quantitative Tightening aussieht, wie das Ganze gestaltet werden soll. Die FED hat ja angekündigt. Wir würden gerne die Bilanz ein bisschen verkürzen. Wie man es macht, werden wir wahrscheinlich heute Abend erfahren. Und vorher gehe ich mal davon aus, dass die meisten sich nicht mehr aus dem Fenster lehnen und da eine Position großartig aufmachen. In diesem Sinne euch alles Gute. Toi, toi, toi und liebe Grüße.